toll und da kann ich nicht richtig bauen weil ja zeug im weg ist genau wie hier auch hier ist einfach kahle er steinige erde im weg oder was ja shale pepels shale nicht so toll und hunde sind immer noch am kämpfen was auch nicht so toll ist da machen wir den farmplot einfach kleiner so einfach nur drei mal drei farmplot das war jetzt zu viel so das dürfte auch reichen okay farmplot ist fertig wir können mal gucken was wann angebaut werden kann okay wir bauen jetzt hier erstmal 3 saplings an unsere erste kleine baum farm trees haben nämlich den vorteil dass sie das ganze jahr überwachsen und b summer tree saplings ja genau unser erster baum wurde gepflanzt jo also ja das wird vielleicht eine kurze staffel werden je nachdem aber ich verspreche dass sofort da die gleich die viertel staffel nachgezogen wird mit einem richtigen volk und nicht nur mit einem hermiten mit einem einsiedler das war eigentlich ist eigentlich hauptsächlich mal um euch die ausmaße der masterwork mod zu zeigen das masterwork mod packs was ich eigentlich gleich mal so schlecht finde ja aber die sprüche existieren noch gut die werden jetzt alle zu halluzinationen und vielleicht sollte ich irgendwann mal ein stockpile hier bauen für alles einfach hier direkt hier drunter also ganz vorsichtig mal hier rein meinen nein designationen meiner das ist soweit ja das ist gut so und so da baue ich dann stockpile für alles rein außer holz vielleicht der macht gerade pause der macht immer noch pause jetzt schläft doch ja das kacapus wie sehen seine kleidung wie sieht seine kleidung so aus ok die schaufel nutzt sich langsam ab aber ansonsten sieht alles ok aus nur das was wir bis jetzt auf die beine gestellt haben ist nicht sonderlich beeindruckend ich glaube ich gebe schon mal noch weitere workshops hier unten in auftrag also auf jeden fall und wenn wir schon dabei sind dann meinen wir noch ein bisschen mehr aus so drei felder ja dann können wir da nämlich noch eine reihe von workshops hinstellen wir brauchen nämlich insgesamt eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf also drei so rein workshops vorausgesetzt der ist irgendwann mal mit seiner pause fertig naja ok er fängt erst mal hier an zu graben ist auch gut jetzt gibt er hier den stockpile aus das müssen wir mal kurz gucken wieviel essen wir noch haben wo den bärbel und zur bürbel noch vier mal zur bürbel ok was sagt die das zeug im ding mit bärbel essen hat er doch erdbeeren also wir müssen dringend demnächst eine destille bauen und bei unserem carpenter ein paar fässer in auftrag geben so jetzt brauche ich stockpiles stockpiles sind beim p genau food stockpile und den mache ich jetzt hier vier mal vier groß das war jetzt zu wenig oder eins zwei drei ja so obwohl das ist blödsinn so remove designation weil jetzt sind es zwei stockpiles und ich hätte gerne ein stockpile okay jetzt kommt komische musik er ist die musik geht voll ab in der masterwork mod ganz ehrlich so das land kommt doch hier rein und die zude hier die rufen wir mal dies zu klein einfach das heißt wir machen die zude einfach etwas größer so und macht es zu der mietig zone ja jetzt bringt er hör mit alle sachen nach da unten gut eine distille brauchen wir workshop still war l genau distiller wie heißt das ding jetzt so das setzen wir hier hin mit smooth wooden planks so wie war jetzt zu viel gedrückt add new split into timber planks war c repeat den job cancel so sehr schön wir brauchen nämlich das holz um sagt bloß ist es alles was er da jetzt hin hat winter is coming so er versucht wilde tiere zu rekrutieren die jetzigen tiere die es hier gibt sind die schlangen zurzeit mal sehen ob das klappt nein sieht bis jetzt nicht so danach aus nein das heißt wir müssen wahrscheinlich noch mehr mit der natur kommunizieren um besser zu werden da drin also kommunizieren wir mit der natur so 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 steigern wir das mal wetter es klärt ok oh ja der wert steigt 312 jetzt mittlerweile genau vorher waren wir nur 239 314 er steigt weiter 317 ich glaube erst dass wir uns gut mit der natur verstehen müssen bevor wir 319 so vielleicht 500 322 bevor wir hier irgendwelche tiere anheuern können haben werde ich schon die still ja haben wir aber jetzt bräuchten wir erstmal fässer ja gut die erste aufnahme session ist gleich rum deswegen noch kurz abschlusswort ja ich hoffe ihr freut euch drüber das du war fort ist weiter geht ich weiß nicht mehr Ich weiß, einige von euch tun das. Die haben mich nämlich schon gefragt, wann die dritte Staffel kommt. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht halt so enttäuscht, dass ich jetzt den Hermiten, den Einsiedler angefangen habe, anstatt Zwerge. Falls doch und falls zu viele schreiben, dass sie lieber wieder Zwerge sehen wollen, dann werde ich vielleicht das mit dem Hermiten hier abbrechen und eine Zwergenstaffel starten. Ganz einfach. Das wäre dann die offizielle dritte Staffel. Dann lassen wir halt die anderen Völker weg und bleiben bei den guten alten Zwergen. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt erst einmal nach der ersten Aufnahme Session. Ich hoffe, ihr freut euch und seid weiterhin dabei bei diesem Projekt. Also ein mächtiges Hi-Ho und graben wir ein Loch. Bis dann.